Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Odyssey. Wir sind wieder in Attica, da bin ich schon mal hingereist wieder. Wir hatten ja in der letzten Folge den Phidias auf eine Insel gebracht, um ihn vor dem Kult zu schützen oder beziehungsweise vor dem Kontrahenten von Perikles und seinen Leuten. Und ich würde gerne heute Attica erkunden. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Fragezeichen und ein paar Quests haben wir bestimmt auch. Und zwar hier vorne Perikles Symposium. Das ist aber glaube ich eher die Hauptquest. Die machen wir heute nicht, wir machen heute mal ein bisschen Nebenkram. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Und ich würde gerne erstmal das Fragezeichen hier erkunden. Ist hier direkt neben uns. Mal schauen wie es läuft und was wir heute alles so entdecken. Ich hoffe ihr seid gut in den Tag gestartet. Und es geht euch gut. Ich müsste mal hier runter, ja danke. Ich habe auch übrigens gerade noch mit einem Fähigkeitspunkt, den ich hatte, den Spatiatentritt verbessert. Damit habe ich nun 200% Schaden. Ich bin mal gespannt, wie der dann reinhaut. Peräus Werkstatt. Ein Befehlshaber. Ein Schatz Kriegsvorräter. Und wir haben ja eben schon gesehen, da vorne stand ein Athena. Ist ja auch klar. In einer Athena Stadt. So, ich gucke mal, ob ich die von hier oben irgendwie ein bisschen anspringen kann. So vorne. Da stehen vier Stücke aufeinander. Ups, da ist einer. Oh. Heilige Mutter Gottes, das war knapp. Der hat mich fast gesehen. Aber der hat nicht... Der hat überlebt. Boah. Okay, da kommt schon ein Fetti. Boom, boom, klopste. Oh nein. Okay, ich bin entdeckt worden. Schade. Ich dachte, das hätte vielleicht keiner gehört. Aber anscheinend schon. Und die Leute haben hier verdammt viel HP, habe ich das Gefühl. So, erstmal wegtreten, die ganze Meute. Ihr Schweinepriester. Was ist denn das da? Hä, was ist denn das? Warum greifst du mich an? Ist das ein Passant? Kannst du mich verarschen? Warum greift der denn so über die Waffe? Okay, das könnte ein bisschen hässlich enden. Äh, das sind ein bisschen so viele Gegner, würde ich sagen. So. Die haben gerade ihren eigenen Passanten getroffen. So, der Fetti Klopso Grando ist schon mal... Ja, klar. Ja, moin. Ich konnte da gar nicht... Ich konnte überhaupt nicht weg. Ich wurde von allen festgehalten. Was für ein Abfuck, Alter. Okay, Leute, da bin ich wieder. Zweiter Versuch. Diesmal versuche ich eventuell etwas anderes. Obwohl, den Großen könnte man es ja eigentlich schon mal gönnen, ne? Ich probiere es mal. Vielleicht kriege ich ja den. Und dass jemand anders sieht. Ich mach mal so. Genau. Und dann mach ich gleich so hinterher. Und dann mach ich noch mal so und so und so. Und dann war es das schon mit dem. Und die da vorne sind wieder alle auf einem Pulk. Was ist das denn für ein verpackter Mist hier? Warum hocken die da immer alle auf einen Fleck? Das macht doch gar keinen Sinn. Hier sind die Kriegsbeutelsachen. Die können wir gerade mal mitnehmen. Und dann auch gleich anzünden. So. Oh. Ja, wow. Ich hab da vorgeworfen. Klasse. Hier. Das war an dich. Wer spricht da? Ein Passant. Okay. Der kann mir egal sein. Aber was zum Teufel machen die da vorne? Und warum ist hier hinten der... Hier ist ein Elite-Soldat. Okay. Ich hoffe, den bekommen wir irgendwie. Um, dass sie einander sehen. Jawohl. Das ist echt ein gutes Mittel. Und perfekt. Boah. Krasser Move, Alter. Der war gut. Gut, ein Elite-Gegner ist weg. Und fehlen nur noch da die 38.000 da vorne. Ich weiß nicht genau, wie wir das hinkriegen sollen, wenn die da alles aufeinander hocken. Das ist gerade echt ein bisschen blöd. Aber da oben ist noch ein Schatz. Den könnten wir uns gerade mal... ...in die Tasche machen. Hier sind da noch ein paar Pfeile. Trifft sich gut. Apropos Pfeile. Wir könnten gerade mal ein paar herstellen, wenn wir welche nötig haben. Ich gucke gleich mal. Wenn der Typ mit dem Kamm auf dem Kopf... ...wenn der sich ein bisschen verpissen würde, da versuche ich mal, den mir zu holen. Vielleicht schaffe ich es ja, ohne dass die anderen das sehen. Komm her mal. Ja, genau. So. Das war ein Geräusch. Genau. Und dieses Geräusch kannst du ja mal verfolgen, wenn du möchtest. So bekomme ich den eventuell ein bisschen weg von den anderen. Ja, war wohl doch nichts. Guck mal hinter dich, Mann. Ja. Okay, perfekt. Nice. Der ist weg. Das hat der andere jetzt gesehen. Na super. Okay, ich hoffe, es kommt nur der eine, nicht die anderen da vorne auch noch. Das wäre ganz schlecht. Aber es war doch gut. Das hat richtig gut geklappt. Wie Batman. Nice. Perfekt, Leute. Jetzt müssen wir nur noch den Pulk da irgendwie auflösen. Aber wie? Wie mache ich das? Das ist halt echt brutal. Da stehen sechs Leute ineinander. Ja, moin. Machen wir mal so. Ihr Idioten. So, der kriegt mal einen Pfeil ab. 4000. Wow. Das war in Ordnung, denke ich. Wie sie alle hier her schludern mit ihrem Bogen. Yo, Alter. Ich werde hier voll belagert. Ich probiere das gerade mal so. Vielleicht den einen oder anderen zu holen. Der ist doch schon mal ganz gut weg. Jawohl. Einer weniger. Hä? Der hätte doch treffen müssen. Der ist ein bisschen passiv, würde ich sagen. So. Auch der ist hinüber. Wir haben nur noch einen Pfeil. Dem setze ich vielleicht den da rein. So gut. Wir müssen also in den Nahkampf. Ich gucke mal, dass ich irgendwie die Leute ein bisschen voneinander trennen kann. Ach, jetzt sind sie hier oben. Das ist ja gut. Man kommt her. Okay, perfekt. Und jetzt trete ich dir mal hier die Dings runter. Jawohl. Der hätte irgendwie keinen Schaden dafür bekommen. Okay, warum nicht? Und der? Der ist down. Ah, perfekt, Leute. Das war doch gut, oder? So, der ist auch hinüber. Es ist halt so effektiv, wenn man die Klippe runter treten kann oder schlagen kann, wie auch immer. Ist halt geil. Ich finde es, ich finde es nice. Okay. Ja, Malaka. Ach, da. Da bist du. Komm doch mal hier hoch. Was? Meegis Tiaws. Du alter Elite-Gegner. Komm und trau dich hier hoch. Dann kann ich dich nämlich runter treten. Und zwar so. Tschüss, Kollege. Schön in den Hochofen. Das hätte dir noch gefehlt, hätte ich den genau in den Ofen reingetreten. Hätte ich gefeiert. So, du kriegst immer so eine Attacke ab. Dann fehlt nur noch der Elite-Gegner. Eventuell. So, das war es jetzt mit dem. Endlich. Eieiei. Das war schon mal ein ganz schön krasser Start in die Folge, würde ich sagen. War ein schweres Stück, die... Das Gebiet hier zu... Reinigen. Aber okay. Dann könnten wir nochmal hier unten gucken. Bei dem Fragezeichen. Mal schauen, was uns da erwartet. Ich denke mal etwas... Ja, in Richtung Wolfsrudel oder sowas. Könnte ich mir vorstellen. Menesteos-Lager. Sind das Banditen oder was? Ja, Banditen. Wir haben sogar einen Gefangenen. Wollen wir doch... Gleich... Da guckt mich schon einer genau an. Bevor wir da hingehen. Ich könnte gerade mal ein paar... Pfeile herstellen, damit ich da wieder so ein bisschen agiler bin. Was das angeht. Und zwar machen wir mal... Ja, machen wir mal 30 Stück. Oder auch nicht. Ich habe nicht mehr Holz, ne? Ne. Scheiße. Egal. Muss reichen. So. Schön in den Kopf. So muss das sein. Ich habe lange was von. Da ist ein Hund. Ein Hund hat mich gesehen. Jetzt nicht mehr, okay. Zum Glück nicht der schlauste Hund. Aber doch, er hat die anderen alarmiert natürlich. Na gut. Die kommen gleich her. Vorher raube ich sie noch aus. Und... Ja, da kommen sie. Ach. Ja, guten Tag. Ich bin der Alexeos. Oh. Der ist alter Schwede sehr weit geflogen. Junge, dafür... Das war doch ein Weltrekord, oder? Bis da unten auf die Mauer drauf. Geklatscht. Ey, das war echt eine Glanzleistung, Alexeos. Sehr guter Tritt. Junge, bleib doch mal hier stehen, du Arsch. Geht doch. Sie elenden Banditen, ey. Könnte auch nichts, Mann. Nichts drauf, außer Zahnbelag. Ey. Na, der hat schon noch was drauf hier. Der fette mit seinen Kugeln. Und der eine hat eine Giftwaffe. Ganz bad. Ich bin auch noch vergiftet worden. Hä, obwohl der mich gleich getroffen hat. So, der ist weg mit seiner Giftwaffe. Boah, fette Bum-Bum-Typ. So, dann kriegt der nochmal eine ab. Perfekt. Oh. Nee, das machst du eigentlich nicht so. Okay, Leute. Ich lasse den fetten gerade mal hier oben hinkommen, damit ich den dann runtertreten kann, so wie den vorhin. Vielleicht ist das effektiver. Der hat nämlich so viel Leben, dass ich da unzählige Male auf ihn einschlagen müsste. Von daher probiere ich das gerade mal so. Ja, komm doch endlich mal hier hoch. Ich habe auch in der Zeit mal die Sachen gelootet, die hier noch waren. Ein paar Drachen und so. Und so. So, und runter mit dir. Und perfekt. Er ist down. Okay, Leute. Das wäre erledigt. Und ich glaube, es fehlen nur noch die beiden Gefangenen, wenn ich mich richtig... Oh, nee. Wir haben auch noch einen Schatz. Aber wo ist der? Ja. Okay, kann der Adler noch mal gerade gucken? Wo bist du denn? Kleiner Schatz. Da unten. Okay. Ach so, da. Ja gut, dann nehmen wir noch den mit. Und dann könnten wir auch schon wieder weiterziehen. Ging diesmal hier ein bisschen schneller als da oben noch. Okay. Siegerbeinschienen. Na gut. Ich hoffe, der Hund greift uns nicht an. Aber ich glaube, der lässt uns in Ruhe. Wenn wir ihm auch nichts antun. Gut, bitteschön. Ja, auf jeden Fall. Kein Problem, junge Dame. Passen Sie auf sich auf. Bitteschön. Gut, das Ministerios-Lager haben wir abgeschlossen. Und dann kann es auch sofort weitergehen. Und zwar gucken wir mal hier vorne. Ziviler Hafen von Perius. Wieder ein paar Soldaten. Viermal Kriegsvorrat. Interessant. Immer viel zu mitnehmen. Und einen Schatz. Will ich könnte mal markieren und dann können wir loslegen. Ah, hier sind die Docks. Okay, hier werden Kriegsschiffe fertiggestellt. Aber warum ist es ein ziviler Hafen, wenn hier Kriegsschiffe drinne stehen? Zum Ablaufen bereit. Ist ein bisschen merkwürdig. Vor allem sind hier ja nur Soldaten im zivilen Hafen von Perius. Muss wahrscheinlich wegen den aktuellen Umständen einfach dafür gebraucht werden. So, die können wir schon mal hier kaputt machen. Die sind, denke ich, weit genug weg von den Soldaten. Sodass sie das nicht merken. Genau. Machen wir das hier auch nochmal. Die Kriegsvorräte sind immer ganz gut für uns. Da sind sehr viel Leder und Holz immer drin. Können wir gut gebrauchen dann für unser Schiff. Für Pfeile herstellen und so weiter. Und auch für Waffenverbesserung braucht man ja auch den ganzen Kram. Das hilft schon ganz gut. Wenn wir die mitnehmen alle. Ja, nochmal schnell reinpiksen. Nee, ich sterbe schon mal gar nicht. Oh, wie ich den Alter schwede, habe ich den vor die Wand getreten. Bis der aufgestanden ist. Er hat eine halbe Stunde gebraucht, um wach zu werden. Na gut, die anderen haben es jetzt gesehen. Ich konnte es nicht mehr verhindern. Aber egal. Die beiden Bogenschützen sind, denke ich, kein großes Problem. Aber der da hinter mir mit dem Speer vielleicht. So, noch ein Elite-Gegner. Noch einer mit Speer. Oh. Hört auf mich an zu piksen. Och. Der Bauer greift mich auch noch an. Was die da immer wollen. Die haben doch eh keine Chance. Und wir treten den nochmal ein bisschen zu den anderen. Okay. Okay, Leute. Da ist doch noch ein Söldner. Der hat aber irgendwie Sachen. Alter, wie hast du das? Hat er für krasse Sachen an? Sieht richtig krass aus. Der Typ. Den könnten wir eventuell mal versuchen zu besiegen, um seine Sachen zu bekommen. Seine Ausrüstung. Könnte ja recht recht ja ergiebig sein, der Typ. Sieht auf jeden Fall ziemlich stark aus. Und ich finde es krass, dass die Passanten dann mit angreifen. Dass die so mutig sind, ihre Soldaten zu verteidigen. Was ihnen aber nicht, letzten Endes, nicht viel bringt. Der ist fast tot hier. Ja, kommt schon. Okay, der ist weg. Na gut, Leute. Ich habe mich gerade mal verpieselt, damit die mich kurz mal verlieren. Es ist auch noch ein zweiter Söldner dazu gestoßen. Und noch ein Hund und noch so ein paar Zivilisten, die mich dann genervt haben. Also in allem ist es gerade ein bisschen viel, muss ich sagen. Und deswegen habe ich mich gerade erst mal verdünnisiert. Und in der Zeit können wir doch schon mal hier den Kram erledigen und dann können wir noch nach und nach die Gegner besiegen. Den haben wir dann hier. Ach, so ein Bogenschützentyp. Den können wir gerade mal nach Tempoku treten und dann zurück. So, der merkt, die anderen merken davon hoffentlich nichts. Ne, das haben die nicht gemerkt. Das ist gut. So, hier ist noch der andere Kriegsbeute. Okay, das waren alle. Der Schatz, wo war der da oben drin? Dann nehmen wir den auch noch mit und dann können wir uns wieder auf die Soldaten konzentrieren. Was haben wir denn da? Hüftriemen eines persischen Kriegers. Alles klar. Gut, Leute, was machen wir jetzt? Wir könnten... Alter, der ist Level 18, der Sold, ne? What the fuck? Der ist übel drauf. Okay, jetzt haben mich wieder alle getriggert. Oder ich bin... Ich habe jetzt alle getriggert wieder. Mal schauen, ob wir das hier überleben. Das wird auf jeden Fall nicht einfach. So, den erstmal... Nein! Der Tritt ging einfach vorbei. Wie kann denn das passieren? Ich muss die da runter treten, die... Hä, warum fliegen die denn nicht? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Dann fliegst du halt. Tschüss. Jetzt du auch wieder. Der fliegt nicht. Der ist zu fett, oder was? Wow. So. Die habe ich mal runtergetreten, hat aber keinen Schaden bekommen, warum auch immer. Wenn ich mich auch mal um den hier kümmern. Ein Glück. Ein paar Sekunden gegen einen alleine kämpfen. Der Typ ist aber... Partou will der nicht... Will der nicht runterfliegen? Ich weiß nicht, warum. Auf jeden Fall eine Fähigkeit von ihm, denke ich mal. Oder so ähnlich. Aber gut. Wenn die fliegen kann, hier ist ja okay. Aber die bekommen einfach keinen Schaden, obwohl die vier Meter runterfällt oder so. Das ist echt schon ein bisschen unfair, hm? So, du kriegst aber... Nein, das wollte ich doch gar nicht. So, kommt wieder aufs Dach, Leute. Hier oben ist das besser für euch. Auf jeden Fall besser. Komm schon. Nein, nicht... Die klettern kann er da hoch, wo ich den Tritt machen will. Kann doch wohl nicht wahr sein. Dumme Ziru. Ja. Wunder mit dir. Der Karsos hat nicht mehr viel. Der ist nämlich gleich gegart. Weil der roh ist. Noch. Und da kommen wir noch ein Dritter. Warum nicht? Das ist ein Verdant. Zäher Kampf hier gerade. Ey, das kann ich auch. So. Komm schon, der ist gleich weg. Komm schon. Mach doch die Attacke. Nein, mach doch nicht. Ja, klar. Ich hasse das, wenn die einen einfach so alles an die Birne spammen von allen Seiten. Und man überhaupt keine Chance hat, auszuweichen, weil alle gerade in der gleichen Sekunde den Angriff machen. Und du einfach sche... Ja, klar. So ein Random-Spacken killt mich. Türlich. Okay, gut. Und da bin ich wieder. Es war gerade echt ein riesiger Abfuck, da noch zu sterben. Ich habe hier gefühlt eine halbe Stunde schon gekämpft gegen die alten Lederriemen. Aber da kommt so ein Random-Gegner und haut mir einfach so eine Attacke in den Wands und ich bin instant down. Das kann echt nicht wahr sein. Ich kämpfe eine halbe Stunde gegen die zwei Söldner und da kommt so ein labriger alter Sack da von der Seite und hiebt mir da sein Schwert in den Wanst. Alter Schwede. Manchmal könnte ich eigentlich aus der Hose hüppen. Ach, da hinten war noch die Truhe, ne? Ja, die müssen wir wieder alle aufnehmen, weil wir ja gestorben sind. Ich durfte auch wieder einen halben Kilometer hierher reiten. Das war auch wieder sehr angenehm. Finde ich richtig geil. Naja. Ist halt so. Ist mal wieder ein typischer Mondtag für mich. Oh, da liegt ja einer. Gar nicht gesehen. Naja. Gut, dann gucken wir mal. Da vorne, die werde ich eh nicht auflösen können. Will ich gerade mal hier die Sachen noch nehmen. Weg damit. Hier hinten war da auch noch irgendwo Kriegsbeute, ne? Ich glaube, hier hinten. Ach, genau hier. Können wir das auch noch gleich machen. So. und lieber noch mehr. Dann hätten wir das schon mal erledigt und müssen noch wieder die Soldaten besiegen. Diesmal haben wir auch keine Söldner mehr an der Backe. Aber okay. Was soll's? Werden wir schon hinkriegen. Hier kriege ich schon mal was auf die Nase. Ja, Achtung, Pfeile, genau. Ihr alten Schweine. Ich mach mich gerade mal den Ding hier hoch, damit die mich gar nicht erst finden. So, der ist gleich hinüber. Jedes Mal, wenn ich den finalen Schlag setzen will, dann kommt einer mit dem Speer oder sonst was und will mir dann was... Ja, klar. Ey, leckt mich doch am Zückerli. Verdammter Assi, du. Scheiß Athena. Junge, ich werde euch überrennen mit meinen Spartiaten. Was werdet ihr noch heimzahlen? Ja, das werde ich euch noch heimzahlen, meine ich. So. Alter Schweinepriester. Komm jetzt her. Nein, schon wieder an der Bank fest. Nein. Lass mich in Ruhe. Nein, jetzt tritt dich einfach in die Luft. Was soll denn das jetzt schon wieder? Wie ist das möglich? So. Einer weg. Du gehst jetzt auch weg, Mann, du Elite-Kacke. Ja, genau. Jetzt fängt wieder der Bauer an aufzumucken mit seiner Strohkeule. Alter, ich raste gleich aus mit seinem verquackten Speer, dieser Hund. Natürlich. Bauer Gurke greift mich seiner Wachtel an. Mach dich ab jetzt. Da ist er auch schon. Ach, wieder der gleiche wie eben. Ich glaube, wir müssen mal wieder aufs Dach gehen, Leute. Kommt mal mit. Hier oben ist es schöner. Hm? Ja, hier, ich bin hier drüben, genau. Dieser Pilo-Klutzi-Flixi da. Geht du mal weg hier. Ach so, das ist der, der nicht fliegt. Scheiße. Okay, gut, Leute. Ich habe den Kasus bald down. Ich habe euch das mal erspart gerade. Das war nicht sonderlich spannend. Ich habe halt nur halt immer darauf gewartet, ihm was setzen zu können. Und da ist er gerade weggekugelt wie eine alte Bowling-Kugel. Jetzt fehlt nur noch der hier. Dieser alte Made. Der mir schon zu lange auf den Sack geht. Na komm schon. Drecksack, du. Alter Hund. So, jetzt kriege ich noch einen Spatiaten, Tritt ab und dann fliegst du. Ha! Bis auf die andere Seite. Aber er hat keinen Schaden bekommen dadurch. Willst du denn hin? Oh. Dass die alle so klettern können, als wären sie hier Parcours-Weltmeister 2018, Mann. Ist doch auch irgendwie ein bisschen assi, oder? Wenn wir das schon können, warum müssen das? Alle anderen auch noch können. Na komm, wir spielen ein bisschen hier im Kreislaufen. Natürlich, bin gleich tot. Tschüss. Alter Schwede, war das ein schweres Stück Arbeit. Holy moly. Bin schon ein bisschen getriggert heute, muss ich schon sagen. Aber okay. Das hätten wir geschafft. Und wir haben auch den Söldner damit besiegt. Und dann gucken wir noch hier vorne bei dem Fragezeichen und beenden dann da die Folge. Ich habe absolut keine Ahnung, wie lang die heute wird, denn ich habe keine Ahnung mehr, wie, ja, wo ich ungefähr stehe. Ich habe schon eine Stunde aufgenommen, aber was daraus wird am Ende, weiß ich nicht. Naja. Wir machen noch das eine Fragezeichen und dann gucken wir. Wir sind bei der Agora und hier sind, ups, ich bin einfach den Leuten jetzt in die, na super, jetzt einfach mal denen voll in die Nase gelaufen und werde gerade von allen Seiten einfach abgeworfen, abgeschossen mit Pfeilen. Was muss ich denn hier überhaupt machen? Ein Schatz, wow. Ja, genau, guckt euch das an. Ich werde wieder von allen Seiten einfach angepiekst, natürlich. Warum auch nicht? Denken, das ist ein Bogenschütze. Na du, was geht bei dir? Kommen wir schon deine Freunde wieder an? Ja, klar, ich komme auch nicht hier raus. Warum auch? So, der ist hinüber. Muss mich heilen. Jawohl, es hat geklappt. Der ist auch weg. Wer ist er hier? Wieder Bauer Gorka, natürlich. Wo war der Bogenschütze, der mich abgeschossen hat? Da hinten. Ich muss mich hier verpieseln. Die gehen mir gerade ein bisschen auf den Zwirn. Das ist heute echt schlimm, muss ich sagen. Wir kämpfen uns hier durch die Horden der Athener und da kommen immer noch so blöde Söldner dazu und die kosten mittlerweile schon 500 Rachen, wenn ich die bezahlen will. Die Auftraggeber ist schon nicht mehr so wenig. Na gut, Leute, ich bin wieder unentdeckt. Alter Schwede, ist das heute ein Abfuck. Unglaublich nervig. Ich bin so getriggert gerade. Das gibt es echt nicht. Ich werde hier wieder von 500 Millionen Soldaten werde ich verfolgt. Quarkackten Idioten. Ups. Paar Pfeiler habe ich noch, aber ich habe keinen Fokus mehr. Ne? Das ist aber schade. Da hinten ist ein Söldner. Hier vorne sind zwei, drei Söldner habe ich an der Backe. Drei. Und die Soldaten, wo schon Elite-Gegner bei sind. So, und du, alter Kack, stellst du, du wirst jetzt hier runtergetreten. Das sehe ich verstanden. Bleib hier. Und ich dachte, ich könnte heute mal so ein bisschen entspannt ein paar Fragezeichen abarbeiten, ein bisschen die Gegender gründen und so, ja, Artikel zeigen. Aber nee, heute ist echt die schlimmste Folge überhaupt bisher. Das geht mir so krass auf den Sack, dass ich von jeden beschissenen Spacken hier in dieser verkackten Scheißstadt angegriffen werde. So, ich nehme mal gerade den Schatz mit. Schwere Athena-Armschienen. Alter Schwede, ich habe jetzt schon bald anderthalb Stunden aufgenommen. Anderthalb Stunden für eine Folge, die 20 Minuten geht oder 30 Minuten. Je nachdem, wie ich das schneide heute. Aber what the fuck? Okay, gut, Leute. Ich würde sagen, wir bänden das lieber an dieser Stelle, sonst schlage ich meinen Laptop in meinen Fernseher und meine Xbox nach oben drauf und zünde die ganze Scheiße an. Ganz ehrlich. Das geht mir heute so auf den Sack. Jetzt habe ich anderthalb Stunden aufgenommen dafür, dass ich dann die Hälfte davon einfach wegschmeißen kann. Danke. Danke, Spiel. Naja. Ich hoffe, ihr fand es doch trotzdem irgendwie unterhaltsam und konntet euch an meinen Rage-Phasen erfreuen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine Bewertung da und bis zum nächsten Mal. Ciao und bis dann.